dann kannst du dir gerne eine herstellen dann heben es erstmal auf da kannst ja fünf verbrauchen oder wir heben es wirklich mal auf obwohl bei dir ist die Ena wahrscheinlich auch noch besser als die die jetzt ist das kann sein also macht die fahrt bei euch immer noch jede menge spaß ganz viel autofahren ich denke wir machen jetzt noch irgendwas ich nehme jetzt mal die 62 gläser mit ich habe hier das ist falsch hier in der leiste gelandet jetzt nicht richtig dann kann man die gläser voll machen dann noch irgendwo hingehen was auch immer machen wollen 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 wir ihn trinken gehen bis die nacht hereinbricht hier war das mit der rechten ja so wenn wir möglichst nicht selber trinken dann nehmen wir am besten direkt unten aus der leiste raus damit ich das nicht versehen nicht mal in einem kampf trinkt so ich beim hund aber das war kein trübes wasser das war richtiges wasser ja das war der vorteil daran die pflanzen brauchen aber lang so wo geht man jetzt hin ich bin auch gerade einfach nur hier rum ach so prowling peeds da waren wir auch schon mal drinnen ja da waren wir auch schon da waren wir überall schon drinnen wir sind hier direkt vor mir ne warum nicht er läuft sie einfach mir vorbei ja guck mal ob ich beim händler so eine nacht nachtfest schau mal keine ausdauer mehr ich bin im bus rein ne 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 du machst den komplett kaputt wenn ich jetzt auf eine tür einhören würde würde ich das ganz kaputt machen ne das ist ja stromzufuhr wieder herstellen 1,3 kilometer stufe 3 grüße vom chef koch ok grüße zurück also eins hätte ich für nachts ist 1,3 kilometer entfernt das ist eine ganz schöne strecke und stufe 3 wollen wir es trotzdem machen ach wir können es ja mal versuchen wir müssen dann wohl so schnell am tag wieder hinfahren um unsere leichen zu holen ich habe es mal geteilt stromzufuhr wieder herstellen so das hier war es ne quest akzeptieren ich muss noch getränk holen ich kriege noch einen kaffee ja wir müssen ja gemein mit essen erstmal aufstocken und dann können wir ja tagsüber schon hinfahren dass wir dann nur eine fahrt haben ne ich hätte ja gedacht dass wir auch gleich los machen den bus willst du auch noch wegnehmen ja einmal noch bus weg und ich bin hungrig sehr hungrig erstmal erstmal was hier gegrilltes gegrilltes fleisch da fällt mir grad noch was ein ich hab ja gar kein shoutout für dich gemacht wär's dir leid du hast da deinen clip vorbereitet hast du gesagt da spielt der keriko bei overwatch 2 hast du den karten in der hand ein messer und kotten oder was ist das das wäre interessant das sind doch glaube ich im japanischen solche schriftbänder die irgendwelche mächte auslösen wenn ich da so richtig liege ok gänste 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 nö nö also heidelbeeren eier tierfett mehl meismehl kann man glaube ich auch herstellen ich will mal gucken wie viel ich überhaupt brauche blaubeerkug es fehlt was wasser wasser brauche wasser dann ist der clip aber hast du verscheinst du versuch Clips zu erstellen dabei sind zwei Clips entstanden das ist mir nicht auch schon passiert blaubeerkug zehn stück ja dann haben wir noch drei eier aus in Ordnung maismehl tierfett gekochtes wasser ok machen wir kochen Wasser kannst du ja gleich mal mit kochen stimmt hab ich jetzt gerade alles hier gekochtes wasser herstellen gleich alle Magnum kannst du mir mal geben beziehungsweise in die Kiste legen Zombies ist meine Flasche wasser erstmal zu drehen da sind Zombies sie kommen uns besuchen und wir empfangen sie herzlichst da hat einer eine Tasche fallen lassen ja die krabben schon wieder hier unten ja aber jetzt ja jetzt gehst du einfach weg was soll denn doch bleib doch mal stehen bleib liegen erst was ich stehenbleiben oder liegenbleiben weil ich kann mich nicht entscheiden so reicht das? nein es reicht noch nicht reicht das jetzt? kommst du mir plötzlich so entgegengelaufen kommst du mir plötzlich so entgegengelaufen ja weil ich hier noch einen gesehen hatte wo ist er denn hin? einen wunderschönen guten Abend Big Quantum Hallo schön dass du da bist hä? da war doch noch einer wir hätten die gerade von einer kleinen Horde eingegriffen da ist er jetzt muss ich wieder nochmal aber das war jetzt kein Blutmund das war jetzt ganz einfach ein bisschen Krieg da kam sie schon wieder da lag ein Kaffee drin so naja kommen wir noch hoch gut wie geht's dir denn Big Quantum? ich hoffe gut na gut was heißt gut sehr gut sehr gut hervorragend da ist der Kaffee das war das produziert da können wir das ja mal ein bisschen zurücklegen ne die ganzen Sachen hier das brutzelt ja alles vor sich hin jetzt ist zumindest unser Fußboden auch schonmal mit Stahl verstärkt die 212 sind weg die Zombies sind schon weg äh also du kannst dich wieder hinlegen die 212 äh ich lege erstmal hier noch ein bisschen das weg kommen wir hier Blei Trophäe zerlegen mit Blei draus nochmal ein paar Teile hast du die Magnum weggelegt? ne hatte ich noch nicht weil dann kamen ja die Zombies jetzt hab ich sie weggelegt Messing Blei Eisen Stahl Blei ich hab ne Batterie kommt die hier hinten mit rein ja ja schmeiß sie mit hin dort soll die hin die Lampen hättest du da auch gleich mit reinlegen können ich bin unkoordiniert ach so mal hier Öl es kommt bei Öl rein Öl da Öl ich habe Öl ich habe das Öl beiseite gelegt es passt schon okay das reicht mir wenn es dir reicht ja manchmal ist es mit den Clips nicht ganz so einfach auch da muss ich mich auch noch ein bisschen rantasten hier legen wir das noch weg so das 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 ich bin schon mal aufs Fahrrad gestiegen das ich hab noch das Benzin das war jetzt drüben dann haben wir die Rohre die waren hier mit der Zeit kommen wir durch jetzt habe ich noch die Munition die legen wir auch noch weg aber ich werde mir mal hier zusätzliche Munition einpacken ok dass ich ein bisschen schießen kann falls uns was angreift hast du genug zu essen mitgenommen ich denke gab es schon Heidelbergkuchen nö ich habe erstmal das andere noch mitgenommen ok dann ich nehme mal die 5er mit mach das 5er noch hergestellt ich nehme noch 10er Fleisch mit also dann habe ich für uns später auch was zu trinken wäre auch gut da habe ich den Goldroten Tee 5 Stück mitgenommen ich habe noch 6 Kaffee da habe ich nur noch einen ach die 6 Kaffee sollten reichen du bist schon irgendwo hier unten ich radel schon langsam dann radelste ich habe Eisen mit der Leiste dann leg ich jetzt einfach hoch ich radel hinterher den Ben ist noch da er sammelt ach vielen Dank den Ben schön dass du immer noch da bist ich schaue auf auf das Chili oh yeah hier geht es nicht weiter komm ich hier durch hier komm ich durch das ist sehr lieb jeder Lürger ist natürlich herzlich willkommen und auch ein Lürger kann am Ende wenn die Zeit dran ist Chili und oder Zitrone auslösen und natürlich die ganzen anderen Dinge dich auch dran ab die niemanden interessieren boah das Licht hat schon wieder 4000 den Ben hat gesammelt wer ist der Light hat das da wenn der Decay noch da ist hat er vielleicht auch noch ein paar du bist auch fast bei mir ne ich bin direkt hinter dir gut weil ich vor allem nicht schnell sondern ich habe immer versucht ranzukommen das wäre der Nachbarort wahrscheinlich ne hm jetzt bin ich direkt bei dir ah durch den Nachbarort noch durch so weit ist es so gut ja ist hinten da uiuiui irgendeine Form ist dort lass aufpassen vielleicht kommen Bären und da läuft ein Nervöse der Commander Cody ist auch noch da so viele Leute ist ja schön alle am Sammeln rechts ist ein Zombie ja der Nervöse halt den gelben T-Shirt genau aber der ist nicht so schnell hätte das sein können das ist ja noch mit gelben Augen dann wäre er vielleicht schnell geworden jetzt gehts los erlaubt sie sich das jetzt tatsächlich ich habe immer das Problem dass ich überlegt ob Schilly mit zwei älter oder mit einem äl geschrieben werden schreibs mit zweien hehehehehe wo ist das aber jetzt muss ich ja erst Zitrone ne wenn ich sie dir erst nach dem Schilly gebe oder nicht nein mal eine Reihenfolge na toll jetzt gehts los also da ist das Glücksrad der Schärfe des Feuers das Glücksrad direkt aus der Hölle und hier die Zitrone so die Zitrone ist schon mal da stell dich erstmal hin ihr wollt ja den Spaß ich könnte jetzt einfach trinken und ein Stück warten und dann erst Abanero ist dran Och die schmeckt doch nicht ich hätte gerne Ralapeño gehabt Abanero war leuchtendes orange die hier ne hier 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 leuchtendes orange das ist aber Nero ich lege mal eine raus der Vorteil in den danach muss man nicht die Hände waschen noch nicht ihr habt erst Zitrone eingelöst und die Zitrone bleibt ja im Mund Vielen Dank. Ja, ich zocke ja schon. Ja, wir machen mal. Das Glücksrad ist noch da. Es ist weg. Das sind vier, drei, vier Zombies. Das hätte sie aber doch die ganze Zeit schon mal machen können. Ist ja süß, da liegt ein Toter. Eine Tote. Ist ja süß, da liegt ein Toter. Ja. Ja.